Tja, aber ich glaube, den zu kriegen wird sehr schwer, da ich keine Ahnung habe, wo ich den suchen soll. Ich glaube ja, dass die das so gemacht haben, dass der nicht mehr ganz in der untersten, tiefen Etage gibt. Aber man muss schon ein bisschen höher sein, glaube ich. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber weiß es aber nicht. Hallo Logan, ich habe wieder mal einen Bogen gekillt. Das war ganz einfach. Das hätte sogar du hingekriegt. Also mal gucken hier. Iron Boss. Die Monnen. Shit. Bam. Jetzt mache ich mir eine Mütze. Oh yeah. Jetzt erst mal den dazu. Jetzt gucken wir gleich mal, wie ich aussehe. Will ich mir noch was machen? Ein Schwert? 17 Schaden. Eigentlich nicht, ne? Oh, ich wollte mir doch gar keine Bars mehr machen. Ich wollte doch das Zeug sparen. Tja, egal. Tja, egal. Auch nicht schlimm jetzt. Egal. Meine Fresse. Wie viele Sachen. Okay, wie sehe ich aus? Ja. Disco-Pimpf. Kann man aber alles noch tunen. Yeah. Yeah. Ja gut, so sieht das gut aus. So lasse ich das. Das heißt, dass ich meine Super-Sirgeon-Rüstung weglegen muss. Super leid. Das muss sein. Abschiede tun schwer weh. Tun weh. Wollte ich sagen. Schwer. Leute, ey. Chillt euch doch nicht alle hierhin. Also, Notiz an mich selbst. Alle Charaktere auf eine Etage unterzubringen, ist nicht gut. Ist sogar dämlich, würde ich sagen. Ach ja. Goldene Pickaxe haben wir ja auch noch. Hab ich auch noch, ey. Rabisch, korrekt. Goldene Pickaxe für dich hier. Wollen du kaufen, Hirose? Das kannst du auch noch kaufen. Ähm, jo. Es reicht erstmal, was du haben darfst. Ist das hier? Ach gut. Okay. Ein Stern mehr und dann hätte ich noch. Die Waldform brauche ich nicht. Aber blaue Pilze. So, ich habe ich hier schon mal, jo, habe ich. Eine Station, in der ich Tränke bauen kann, habe ich auch schon. Kann ich mir erstmal diese super Tränke bauen. Ein paar Stück hier. Einmal 30. Und nochmal 30. Nicht ganz, aber... Ich ist nah dran. Nicht mehr die Hälfte? Oh, egal. Okay. So. Wie sehe ich mit Hut aus? Wie eine Hexe. Ich will nicht aussehen wie eine Hexe. Was habe ich hier für einen Potion? Hunter Potion. Oh man. Ich muss mir ein Lager bauen. Und eine Hütte, die mal ein bisschen gut ist. Ist das ein App-Stone? Oh no. Jetzt geht das wieder los. Einfach da rein. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Ist geil. Ist geil. Okay. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. 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 So, das kommt jetzt weg hier. Da setze ich noch eine Etage drauf. Einfach so noch eine Etage drauf, ja. Hammerhart. Reiss die Scheisse ab hier. Okay. Oh, was ist das denn? Das hat ja einen Versprung. Warum hat das einen Versprung? Weil ich zweifach haben wollte. Äh, äh, äh. Ach, äh, äh, äh. Wie mache ich das? Hm? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Mach ich das? Mach ich das? Mach ich das? Ich glaube, das mache ich so. Oh, verdammt. Äh, äh. Äh, welche Größe soll das denn jetzt sein? So. Mit leichten Akzenten vielleicht. Äh, da machen wir auch hier noch ein paar, äh, äh, Licht irgendwie. Alles klar. Also, Häschen, vergisst euch! Ja, Mittagessen. Für morgen. Alles klar, ich brauche ein paar, äh, Sachen. Äh, Kupfer. Oder Gold. Kein Kupfer. Machen wir Kupfer, äh. Alter, kein Problem. Was ist der Kupfer? Kein Problem, Alter. Pass auf. Pass auf. What? Pass auf. Pass auf. Also, ich sagte, pass auf. Warum kann ich keinen Kronleuchter machen? Ah, ja, 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 ja. Ich brauche ja Ketten. Ketten brauche ich ja. Die mache ich aus Eisen. Aus Eisen, aus Eisen, aus Eisen mache ich Ketten. Ketten mache ich aus Eisen. Eisen, 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 Eisen. Eins, zwei, drei, sagen wir drei. Sagen wir drei. Sagen wir vier. Komm, vier. Komm, vier. Soll's. Soll's, er ist schon dabei. Komm, zurück, Dick. Halt, halt, halt. Ah, halt. Langsam. Da bin ich hier. Eins, zwei, drei, vier. Boom. Das wäre das. Und da brauche ich noch Wände. Jo. Gefunde. Wände. Bililililu. Das ist ganz toll, dass das viel zu wenig sind. und Türen und... Ach, ich hab ja gar nichts mehr. Oh nein, ich hab ja gar nichts. Punkt. Punkt. Unsymmetrisch, egal. Ah, passt schon. Alles gut hier. Punkt. Und auch noch. Das ist doch geil, was hast du hier? Was war das? Okay, egal. Ähm. Holz. Ich brauch Holz. Holz. Ich holz dich ab hier. Ja, ja. Alle weg. Alle weg hier. Der ganze Holz da. Du musst den ganzen Holz weg. Juh. Allerdings. Ich glaub, das lass ich auch weg. Und mach ich dann da. Ähm. Mach ich da, was wolle ich nicht wieder sagen. Ich hab keine Ahnung. Eins, zwei, drei. Boom. Ähm. Hallo. Wo ist denn der Rest da? Eins, zwei. Eins, zwei. Alles klar. Erstmal baller ich die Türen da rein. Jetzt die Wände. Zumindest hier oben erstmal. Super. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ganz große Gleise. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ein Meister werden. Voll für'n Arsch. Das ist ja ganz schlecht. Stuhl. Kann ich den hier. Genau. Den stell ich dann. Dahin. Nach da gerichtet. Ja. Honk. Honk. Hoppla. Nur wo es geguckt. Alles klar. Choo. 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 Nein, 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 nein. Ein paar Wände. Wände für den Mann. Wände für den Mann, ja. Wände für den Mann. Ah. Wiedernehmen. Musik Okay, das wird wohl reichen. Wollen wir nicht die hier noch wegkriege, ohne das alles zu zerstören. Wunderbar. Sieht aus, als wäre es gewollt. Soll ich den noch einen nach links verschieben? Chandelabra. Ein voll, der links verschoben. Ich sehe es schon. Wahnsinn, das muss nach... da. Macht die Sache nicht besser, oder? Geht da rein. Hau das Ding kaputt. Setz es genau... dahin. Muss ich natürlich das alles hier nochmal verschieben. Okay, besser. Ah, wunderbar. Ich bin stolz. Ich bin ganz stolz, ey. Es ist ja... Ja, der Hammer ist das hier. So was sagt unser Haus-Equitomierator? Haus ist suitable, Haus ist suitable. Das heißt, wir könnten bald wieder Besuch kriegen. Unsere Bude sieht doch aus hier. Das ist der Wahnsinn. Ich muss noch eine Laterne machen. Leute, eine Laterne... Irgendwie, ich weiß nicht wie. Wo mache ich eine Laterne, eine Laterne... Keine Ahnung, Leute... Hm. Ja, ich könnte einen Topf machen. Wahnsinn. Ein Topf. Hier, hier, hier. Eine Fackel. Eine Digi-Torch. Mach ich halt Digi-Torches noch. Hier ging eine Laterne zu bauen. Logan! Wo bist du hinter mir? Logan! Hier geht eine Laterne zu bauen. Da. Glas brauchst du dafür. Ach so. Oh, Curse-Torch. Can we placed in water? Geil. Knochen. Glas! Hab ich immer nicht. Traurigerweise.